Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Trinktast hier auf dem Kanal. Wir haben uns gestern von Hohes C die Supershots Bauchgefühl angeschaut und heute schauen wir uns von Hohes C die Supershots Energie an. Da gibt es noch glaube ich einen, also Antiox hatten wir, aber ich glaube es gibt noch Antioxidantien, auch wenn es eigentlich das gleiche ist. Aber heute auf jeden Fall Energie und ich bin sehr gespannt. Diesmal alles nicht in so einem Grünton, sondern in so einem Orange-Gelbton gehalten, also schön sonnig, schöne Energie, yeah. Schauen wir uns mal an. Mir geht es bei derweil immer noch nicht viel besser, aber ich kriege das schon irgendwie hin. So, für deine tägliche Power, Energie. Was haben wir da stehen? Orange, Cranberry, Guarana-Extrakt, natürliches Koffein und Chili-Extrakt. Leute, ich glaube die haben hier wirklich das Getränk zum ersten Mal, ein Getränk mit Chili-Extrakt, Respekt. Okay, wir haben wieder ganz viel Text, das schauen wir uns natürlich alles an. Fünf Shots, okay. Eben, Leute, auch hier bei Säften nicht zu viel trinken, ganz wichtig. Gesund und super lecker. Neu, okay, sehr gut. Hergestellung, vertrieben von Eckes Granini, Deutschland GmbH in 55266 Niederolm. Schöne Grüße natürlich an alle aus Niederolm. Pantothensäure und Vitamin B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Hier auch ganz wichtig, Vitamin B12 an alle Veganer. Könnt mal ruhig ab und zu so einen Shot trinken, außer da ist jetzt voll der Scheiß drin, was ich aber nicht glaube. Weil ihr sonst kein Vitamin B12 aufnehmt. Außer über ganz bestimmte Pflanzen, aber die essen die wenigsten Veganer. So, Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Vor dem Öffnen gut schütteln, nach dem Öffnen kühl aufbauen. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Super Shot, der dich zum Superheld macht. Super Shot, super Geschmack, super Kräfte. Unsere Energieformel versorgt dich lang und halten mit Power für die alltäglichen Abenteuer. Der macht dich zum Superheld. Ach, diese Werbeversprechen, ey. Boah, Mann. Ja, klingt super. Am Ende, ja, ist es nicht so. Unterstützt deinen Energiestoffwechsel. Eine Portion 66ml deckt bereits 50% deines Tagesbedarfs an Vitamin B12 und Pantothensäure und sogar 100% an Vitamin C. Hohes C, Super Shot ist damit die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise. So, wunderbar. Mit Koffein 14mg pro 100ml bzw. 9mg pro 66ml Shot. Und Leute, wir kommen. Wir haben 0,33 Liter drin. Wir kommen zu den Nährwettergaben, hier 100ml. Wir haben ein Energiewert von 198kJ- bzw. 47kcal. Passt. Fett haben wir unter 0,5g, davon gesättigte Fett unter 0,1g. Passt. Kohlenhydrate 11g, davon Zucker 11g. Ja, es ist halt ein Saft, es ist Eigenzucker, deshalb in Ordnung. Insgesamt, deshalb sage ich auch, nicht zu viel einfach davon trinken, von Säften am Tag. Eiweiß unter 0,5g, Salz 0,02g, Vitamin C 120mg, deckt 150% vom Tagesbedarf. Vitamin B12 1,9mg, deckt 76% vom Tagesbedarf. Und Pantothensäure, Vitamin 4,6mg, deckt 76% vom Tagesbedarf. So, Mann. Ähm, ja. Zucker fällt auf, Vitamin B12 ist cool, vor allem eben für Veganer. Und wir schauen uns die Zutaten an. Wir haben ein Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten, Schwarzkorottensaft aus Schwarzkorottensaftkonzentrat, Guarana, Ginseng und Chili-Extrakt. Natürliches Koffein, B-Vitamine, Frucht- und Gemüsegehalt 100%. Cool, dass wir auch Gemüse dabei haben. Ähm, ja, Schwarzkorotte, ja. Ähm, blablabla, passt. Zutaten. Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten, bestehend aus Traube 52%, Orange 19%, Cranberry 11%, Acerola 9%, Limette 3% und Zitrone noch zu guter Letzt. Passt. Ähm, dann Schwarzkorottensaft aus Schwarzkorottensaftkonzentraten, 5%, Zitrusfaser 0,3%, Guarana-Extrakt 0,03%, Ginseng und Chili-Extrakt. Da bin ich gespannt, wie das sich auf den Geschmack auswirkt, der Chili-Extrakt. Dann natürliches Aroma, Koffein. Aha, okay, wir haben Koffein-Aroma, okay. Pantothensäure und Vitamin B12 zu guter Letzt. Gesundheitsnote gebe ich hier auch, wenn man es in Maßen trinkt. Also wenn ihr wirklich am Tag ein, zwei Schlücke trinkt, eine 1-. Es ist halt wichtig, dass man da nicht übertreibt. Ne, wie bei allen letztendlich, aber hier wirklich nicht übertreiben. Also, Gesundheitsnote 1-. Kann man auf jeden Fall machen. Kriegt eine Gesundheitsempfehlung. Gut schütteln davor, ganz wichtig. Schaut gut aus. Und wir haben hier unser sauberes Glas. Und schau mal. Alter. Schau mal, wie das Ganze sprudelt. Okay. Ist da Kohlensäure drin oder warum? Ja. Mann. Wie es aussieht, ist da Kohlensäure drin? Seit wann? Tun Säfte so sprudeln. Verdammt. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, oder? Ja. Okay. Boah. Ja, riecht. Riecht nach einem Saft. Schauen wir mal. Also, aber das Chili, das spüre ich gerade schon ein bisschen am Hals. Boah. Gut, wieder über 100 Milliliter auf jeden Fall. Nur, dass ihr merkt. Und ich habe heute schon das andere Wurstsee getestet. Also, ja. Und ich bin krank und zwar nicht von sowas, sondern von einem Insektenstich. Halleluja. Also, Leute. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Aufs Wohl. Was haben wir da noch mal drin? Ah, Traubensaft und Orange und Cranberry und Azeola. Also, der Mix haut mich jetzt nicht so um. Das Chili-Extrakt merkst du wirklich ein bisschen im Hals. Also, du hast da wirklich so eine scharfe Note ein bisschen mit drin. Oder nicht scharf, aber... Ja, es geht halt ein bisschen auf den Hals. Ansonsten sehr lecker. Also, halt mittellecker. Hat mir das Bauchgefühl auf jeden Fall besser geschmeckt. Aber Vitamin B12, sehr gut. Oh, und rein damit. Leute, Supershots, Energie. Energy. Aber nicht auf Deutsch, schon Energie. Geschmacksnote. Man kann es trinken. Es ist okay. Es schmeckt jetzt aber nicht mega gut. Aber ihr kriegt eine 2-. Doch. Gesundheitsnote 1-. Geschmacksnote 2-. Für euren Energiekick, der euch zum Superhelden macht. Könnt ihr mal probieren. Hohes C, Supershots. Haut mich nicht um. Da fand ich das Bauchgefühl ein bisschen besser. Jetzt nicht von der Gesundheit, aber so insgesamt vom gesamten Auftreten. Leute, das war es mit Hohes C, Supershots, Energie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer schnell helfen bleiben. Immer schnell gesund bleiben. Niemals aufgeben. Und wir sehen uns morgen wieder. Yes. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.